servus glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren folge 7 days to die im multiplayer mit dabei der riese snafu aka imperator killer hello und der scheppert ist aber noch nicht doch der so eine butze ist ein cowboy ja glück auf sag ja was gespielt hat geht das sofort da nicht sofort jeder schubst treffer schießt du denn hier schon wieder cowboy wir müssen uns erst mal ein bisschen zurecht finden ja ist zwei wochen nicht drin gewesen ja keine ahnung was hier los ist der baumeister ist noch nicht da der meter kommt ein bisschen später gut ich werde auf jeden fall mal die treppe jetzt hier reparieren da kann ich auch nichts verkehrt machen ich hab doch holz gehabt das holz in die kiste gepackt oben ich bin ein held ich kann alle bezeichnen sich hier ihr seht tag zwölf was gar nicht schafft man die horde heute tag zwölf stunde 13 er schafft man noch niemals wenn die überhaupt kommt ich verschwinde ich verschwinde gerade mal unser eisen hat mein krimzkramswerkzeug rein jetzt haben wir gar nichts mehr ich hole mal wegen holz alles habe ich schon geholt aber 600 ist noch hier in bau und schmerz dinge den rest habe ich in spikes reingepackt wie sieht es denn generell mit werkzeug aus schlecht oder werkzeugen wo sind denn die dinger hier ganz recht aber wir haben fünf wrenches nach oben und heißen trofe ich habe 183 jahre eisen habe ich gefunden die bläder bestimmt hier in seiner bastelkiste ich habe gerade noch ein paar punkte auszugeben für die die sind ich könnte sogar eine fight ex machen mal lieber ein paar bäume wieder plant ja die kosten nur fünf eisen mehr dann machen wir eine fight ex was sagen denn die forges überhaupt die sind voll im meter stil hier alles mit stein voll hier ist ein bisschen eisen ich würde sagen die forges sind auch buggy mit 500 stunden angezeigt noch einmal rausnehmen wieder reinpacken kommt aber bestimmt gleich schreier wenn wir schon gar nicht sieht bei mir in der stadt haben auch ich kann kein zement umsetzen muss ja meter machen müssen wir auf die schreier warten die kommen die kommen die kommen die funktionieren noch so wo war werkzeug auch hier dauert eh alles jetzt erstmal egal ich verschwinde das eisen jetzt einfach damit hier einmal die treppe fertig ist ja alle raus damit und dann schreien das reicht doch nicht mal hab ich noch was in den minibike ich glaube ich hab noch was in den minibike ja guck mal dann reicht es so ist jetzt bei der horde wahrscheinlich eh wieder durch pick ist auf jeden fall gleich fertig werde jetzt gleich mal zum händler fahren erst mal das zeug wieder rein hier ist denn nicht verkehrt dann hier läuft am 68ten dann laufen haben wir doch alles holst rein nun gucken wir einfach mal in den komischen häuser nach dann passt au verdammt ich darf nicht springen wenn ich gebrochene bein habe ne noch mal ne stunde du hast wohl ein mikro lag gell ja eine stunde 14 minuten könnten wir aber noch mal einen neuen spike club machen wie ich sagen spikler hat jetzt holz wieder weggepackt junge junge bring dir was ich hab ja holz muss man wieder aus der kiste nehmen aber wir haben noch zwei wegbänke läuft doch spikler bam kann ich den anderen in die kiste packen für irgendeinen von den jungs wird sie nochmal einen brauchen so ja hier sind keine sleeper drin ne sag ich ja also die stadt wird jetzt hier auf ewig sleeper frei sein aber so viel war ja auch nicht mehr zu luken ne gut ähm warte ich jetzt die zwei minuten noch ja ich warte die zwei minuten noch was kann ich denn noch machen in der zeit ziel achti jetzt noch hier rein ne neu neu ne nur ne 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 die englischen alle fertige komplette rüstung ich weiß nicht wer hat denn rüstung gelernt ich bin keine richtung ich habe rüstung und am fortschritt ja ich habe hier so eisenzeug von der schuhe rosa und brust was hab ich denn überhaupt müsste glaube ich brustpanzer stiefel und handschuhe haben richtig ich habe keine handschuhe ich habe pose stiefel und brust ich habe eisenbrust eisenbeinschienen eisenstiefel lederhandschuhe dann mache ich mal anschuhe richtig hatten wir denn nicht die banditenmaske schon gelernt hattest du nicht schon gelernt ich glaube meta hat so ich schau mal nach wir haben ja noch einen in der kiste geht ja nur darum dass das dann auch der rüstungsmann die lehren teilt das wäre so das erste was wir lernen sollten ich habe bei mir wird jetzt alles fünf schon angezeigt ich könnte alles ach ne quatsch um erst den bauplan zu machen es nervt schon wieder ich sag ja die ganze zeit los gespielt hast ach stimmt man kann ja nicht jetzt kannst du wieder rein wird nur meine axt mitnehmen alles gut bei der kitzel reinpacken so muss uns in den balken munitions technisch die zeiten aus jetzt muss man die kalt oder wird so was brauchen wir denn für banditeneisen kleber zähne kleber so was haben wir denn eine schaufel eigentlich 149 herstellen verdächtig ruhig kein holz junge junge auch doch müsste eigentlich in der genau da drinnen also geht der von meinem inventar rufel beim noch mal zwei minuten warten dann können wir in die los ist das fortschritt island für irgendwas bestimmte drinnen oder an der kannst du alles verballern muss sagen ihr braucht noch werkzeug dann mache ich natürlich erst werkzeug ne schaufel habe ich eine axt habe ich nicht reicht mach ich gar eine schaufel hier reingeschmissen aus dann haufen muni drin eventar angeschmissen so wo haben wir denn den kackkleber noch nicht die sniper teile junge bleibt doch ruhig so das war's die sind auch gesetzt hm so wieviel können wir machen 23 stück boah ich hatte doch hier schon angefangen zu buddeln oder ich fahr mal dahin na meter hallochen na hallochen servus wir sind hier voll in der horde menschen also ich bin doch schon auf dem weg alles wird gut alles wird gut der meister kommt naja wir sind ja alle tot ich stehe jetzt auf ja ich lock mich ein und falle um ah schreierin yeah ja du bist ja gerade noch rumgemosert das hast du davon genau jetzt kriegen wir es endlich genau damit ich weg bin weißt du so erstmal schnell hier das entleeren und dann gehts los so putze steht ja putze steht schon alles so wie es war so nummer zwei knüppel raus und raus die maus naja seid doch schon 13 minuten online oder 10 5 keine ahnung da kann man doch schon mal ein bisschen was machen aufnahme läuft seit 13 minuten ja ja siehste da kannst du mal verstehen oder nicht ist aber schon alles fertig das nachfurt schon neues bike gesetzt und alles ja was ist denn los hä sofort am kritisieren wenn ihr schon fleißig am kämpfen ey was machst du mit meinem mini bike voll getroffen ey bin gleich tot 12,11 tot du bist fertig ey mann original wieder ey aber wenigstens mal gebrochenes Bein weg ja genau das alles das war doch eigentlich nur der plan ne genau echt ey da bin ich schlecht erscheine auf dem bett doch gar nicht für alle guten dinge sind drei meine güte ja runter echt zuviel du hast gespielt ich treff nix mehr klamotten ah ne bringt ja nix verliere eh wieder äh waffen brauche ich aber ja mann ey halt die treppe den knüppel kannst du sonst wohin schilder na nämlich die maschete maschete ja ich höre schon ja nimmer die maschete hier upsala hey geh raus ja und los geht's so machen wir es jetzt endlich braucht punkte komm her stirbst gleich wieder ey ist egal ich hab ja nix dabei na komm die haben wir auf jeden Fall schon angefangen zu graben so ich bin da ich glaube das hat zu lange gedauert ne ich hab gerade noch mal ein paar punkte rausgegeben mal gucken mal drei schläge ist natürlich schon hart mehr waren sie nicht mhm na die haben nur eh mal geschrien wahrscheinlich bevor sie verreckt sind in den spikes ähm äh äh meta hattest du schon die banditmaske gelämmt ähm nö 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 oder weiß ich nicht warte mal ja ist sie auch irgendwo drinne musst du es dann mal bei Rüstung gucken weil ich hab jetzt mal ein bisschen Wended Eisen gemacht und dann ja weil ich mache Rüstungen eigentlich ja genau jetzt hätte ich gemacht mach es tu es lass mal was anderes jetzt machen der keller ist noch nicht fertig oder was ich war noch gar nicht gucken und nein ich wollte eigentlich außen weitermachen deswegen habe ich extra nichts gemacht ich hatte gerade schon die spikes in der hand dachte mir komm lass mal sein ich weiß nicht bis ein meter davor und sie mal machen so die maske ist da drin ob jedes klamotten auch ich level 20 also 150 könnte ich herstellen macht aber noch keinen sinn was sein dieses banditengraffelzeug die maske macht immer sinn du hast ja sonst nur das bandana auf dem slot ich meine ich habe eine so ist nicht also mir ist das bumme was macht schon sinn die zu bauen so das kann ich nur in der workbench machen richtig richtig ich bin auch plan trotzdem zwei minuten unglaublich habe ich dann will ich es schon mal gelernt man kommt geht mir doch die scheiß kiste handschuhe bandana und brille das stimmt handschuhe wollte ich euch machen alle wieder in den kästen super nervig so nicht warum sie das nicht einfach mal ändern ja so schwer nicht seine achte hier habe ich noch gar nicht gefunden das buch kannst du noch gar nicht erstellen ja du musst ja auch herstellen das buch du knaller nein die eisenhandschuhe die eisenhandschuhe das rezept habe ich noch nicht er kann nur brustkonzer schienen und eisenhandschuhe ja weil in der klamottenkiste ist irgendwie noch ist schon weg ok aber lederhandschuhe keine kehrstellen deswegen haben wir ja wahrscheinlich auch alle lederhandschuhe an jup schon mal gemacht haben hast du ja nicht denn da bestimmt ja ich könnte sonst jeder handschuhe kann ich machen ja kannst du machen ja und dann machte ich habe nur level 2 in rüstung wer braucht noch sind 150 die habe ich 150 ich kann auch scrap machen jetzt haben wir wieder 33 prozent schutz als scrap habe ich alles alles gut ich glaube die handschuhe die reißen es jetzt auch nicht unbedingt raus sagte die kiste finde es echt weihnachten wo was ist ja auf der extra schilder dran an der kisten die hausfrau doch schön gemacht beide sind auch schon angesetzt und nur scheiße ist das euer ernst geht schon wieder los mit mutter das war die schlechteste kiste jemals gelootet haben zwei smg parts und 200 altes cash das war's äh steine dekenation legendär naja gut dann düsen wir jetzt mal eben da hin oh man ich glaube ich hatte schon alles am muni mitgemacht nie irgendwas war wo ich wohl kein geld mehr hatten ne soo jetzt mal eben shit halt da haste halt shit keine stiefel hm soo ne schworen oh ja da brauchen wir unbedingt menschen machen menschen wofür die ganze tats und so gehen wir doch ins die kümmern sich um die anderen somit ist hoch im kopf die hat alles im griff weiter gehts wo ist das da ist noch jemand drin so jaja level läuft bei dir he nur einmal kurz geranched Ja, ist der Todesbonus, ist das. Oh, zwei Wrenchen auf einmal. Läuft. Bierchen haben wir auch. Bierchen können ich vertragen, ey. Auf jeden Fall. Müssen wir gleich auch was mal einzuholen. Nach dem Sport muss das sein. Boah, der Server ist auch wieder Bombe hier. Die Performance, sie haut alles raus. Ich kack den genau vor der Nase auf, ey. Ganz groß. Und nicht weiter als fünf Kilometer entfernen, sonst. Ja, dann ist es ganz vorbei. Dann kannst du besser loben. Wollen wir einen Aluvera-Zog oder haben wir was da? Haben wir was da, müsste aber, glaube ich, nicht aus. Jetzt ist zu spät, jetzt bin ich vorbeigefahren. Erste Ansage ist... Jetzt fährst du wieder hin und... Nein, 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 nein. Es ist ein Befehl. Der war gut, der Versuch, ja. Woher um sie fährt. Es ist ein Befehl. Der Master sagt... Hol alles. Glück auf, alles klar, Jungs. Ja, woher um sie zu sehen. Ach, so. Noch ein Kilometer kaufe ich nicht. Bereits, da gibt es erst noch. Ich glaube, hier hatte ich alles durchgeguckt. Weil, in einer hatte noch ein bisschen Mut, meine ich. Ja, ist doch, beruhig dich. Ich brauche in diesem Megastore. Hier bin ich doch. Ach, das ist er schon. Ah, guck mal. 762, BÄM! ZACK! Läuft. Backshot wäre noch ganz geil. Können wir eigentlich auch mal mitnehmen. Noch mal 7, 6, 2. Da ist die Kohle auch schon weg ey. Zuck. Gut, mir fehlt immer noch ein Sniperteil. Da muss ich mich dann in der nächsten Folge drum kümmern. Gut Leute, wir sind auf jeden Fall erst mal am Ende einer Folge. Danke für's Zusehen. Ja, ist ja jetzt nicht so viel passiert, aber wird werden alles, denke ich. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Bye-bye. Ciao. Oh, der Nachzügler kam auch noch.